Janne, was machst du denn da? Ach, hier hat sich nur eine Fliege verirrt. Ähm, nimm doch einfach die. Ach, kein Problem, ich hab sie schon. Na, nun wird's aber verrückt, wenn du jetzt schon jede Fliege leben lässt. Was ist denn, wenn dich eine Mücke sticht? Bittest du die dann, höflich weiter zu fliegen? Naja, wehtun lass ich mir natürlich auch nicht, aber es tut mir ja nicht weh, so eine Fliege kurz mal zu fangen. Wie lange dauert denn das? 30 Sekunden, vielleicht eine Minute. Aha, okay. Wusstest du, dass es ohne Fliegen gar keine Schokolade gäbe? Wie kommst denn du da schon wieder drauf? Was viele gar nicht wissen, Fliegen sind nach den Bienen die wichtigsten Bestäuber, die für 20% der Blütenpflanzen quasi einen Bestäubungsmonopol haben. Unter anderem bestäuben sie Erdbeeren, Rommenbeeren, Lauch und eben auch Kakaopflanzen. Außerdem beseitigen sie tote Tiere und Kot in der Natur und sind somit quasi, ja, unser Reinigungstrupp. So wie eben jedes Lebewesen haben auch sie eine wichtige Aufgabe in unserer Welt. Und wenn es mir möglich ist, dann lasse ich sie einfach wieder frei, wenn sie sich im Haus verirrt haben.